Ein wunderschönes Servus und Hallo hier noch mal vom wunderschönen Gut Eiderbichl. Wir hoffen sehr, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind, dass Sie schöne Feiertage hatten und hoffen wir mal alle zusammen, dass das Jahr 2021 tausendmal schöner und besser und einfach glücklicher wird auch für uns als das andere Jahr, als das etwas besondere Jahr und dass wir vor allem alle auch gesund bleiben. Wir möchten uns auf diesem Weg von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken, dass Sie so fleißig gespendet haben. Es ist ein Wahnsinn, also wir sind wirklich, ja, ich bin ein bisschen geflasht. Danke, dass das auch so gut bei Ihnen angekommen ist, dass Sie einfach auch fleißig geschaut haben und da wären wir schon beim nächsten Punkt. Wir haben uns gedacht, weil ich sonst Gut Eiderbichl einfach so sehr vermisse, wollen wir einfach öfter hier auf Gut Eiderbichl ein bisschen was für Sie zu Hause senden und da würde uns das interessieren, was interessiert Sie denn so? Was wollen Sie sehen? Was wollen Sie wissen? Schreibt Sie einfach unten bei den Kommentaren das, was Sie sich wünschen und vielleicht können wir ja den ein oder anderen Wunsch erfüllen und wir freuen uns sehr, wenn wir uns wiedersehen und lassen Sie mich noch ein einziges Mal den Satz sagen, Merry Christmas wünsche ich dir! Weihnachtsfeber, Freunde macht euch bereit, Weihnacht ist die schönste Zeit.